Und was kochst du am liebsten? Pancakes. Pancakes? Ja! Also das heißt, du bist eine Frühaufsteherin und machst dann gerne morgens für die ganze Familie Pancakes? Ja. Machst du dazu Karamellsoße mit Bananen? Nein. Hast du das schon mal versucht? Nein. Du brauchst einfach nur eine Pfanne, Handvoll Zucker rein, ein dickes Stück Butter rein, dann lässt du das so schön miteinander karamellisieren, bis das braun wird, ein paar klein geschnittene Stücke Banane rein und kochst das einmal durch. Und wenn du das über die Pancakes machst, bist du danach so müde, wenn du die gegessen hast, dass du nicht zur Schule gehst. Wird direkt eine Runde geschwänzt. Ist vielleicht nicht so ein guter Tipp, aber egal. Was ist dein Lieblingsgericht? Würde ich Spaghetti Bolognese nehmen. Kochst du sie selber? Ähm, na, eher nicht. Warum nicht? Weil du es noch nicht kannst? Ja, ich kann es noch nicht so gut. Okay. Dann übe es, bis du es besser kannst. Und das nächste Mal, kleiner Tipp, wenn die Bolognese-Soße gekocht ist und eigentlich alles fertig scheint, dann guck in der Pfanne, dass du dir eine kleine Stelle nimmst und würze mal mit Zucker. Nur ein bisschen. Am besten mit braunem Rohrzucker. Nur so ein paar drin. Und probiere die Soße dann nochmal, das schmeckt deutlich besser. Und probiere die Soße dann Presine.